ja leute was geht es geht weiter im let's play akura zero mit der nächsten sub story ist wahrscheinlich also der manager einer dieser kabinetts da ja der five stars geworden ach so dass doch keiner eben kurz nur also doch keine kabarett genau kabarett mann ich auch ja das kabinett dass du diese dieses ding da ich weiß nicht findet ja ob story wird ich hier am spannendsten ich habe mir das gefühl das andere ist so alles so nimmt okay das gefühl als alles andere ist ein nettes beiwerk ja jetzt kann ich bei mir rein nice Das war's, das war's, was ich. Vielleicht ist es eine andere Verwaltung. Entschuldigung, wie kann man das nicht sehen? Bedenken wir alle, dass wir zu uns die Hälfte gesehen haben. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Ich habe es nicht gesehen. Wie ist es? Ich habe es gesagt, dass ich mich mit anderen Hälften vorliegen. Aber ich habe es nicht gesehen. Aber das ist ein Problem. Ich bin sehr nahe, aber es ist etwas zu schlafen. Herr Bewerb, wie soll es das sein? Ich bin sofort. Wo ist es? Ich werde dir, hier. weil die hier ist obwohl es würde zu dir echt passen gucken wir mal Jamboran der Mieschen? Was ist das? Das ist eine gute Karte! Das ist alles, was ich. Ich bin hier. 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 Das war's für heute. Du hast mich nicht verletzt, oder? Ah, gut. Das war die Leute. Du bist wirklich stark. Li-San hat mich nicht verletzt. Hahaha! Hey. Ich habe mich nicht verletzt. Was ist das? Na, so, so, ich bin Li-San von mir. Li-San, ich möchte mich nicht in dieser Verkaufgabe. Deswegen habe ich den Geist. Geist Geist? Alles klar, ich habe noch keine Geist Geist. Li-San hat keine Geist Geist. Ah, du kannst du direkt nach dem Verkaufgabe? Ja, warum? Wenn du in der Verkaufgabe nach Hause gehst, Du kannst du direkt nach Hause gehen? Nein, ich bin in der Verkaufgabe. Das ist gut. Li-San, wenn du in der Verkaufgabe nach Hause gehst, du kannst du direkt nach Hause gehen. Li-San, du kannst du direkt nach Hause gehen. Ich möchte mich nicht mehr für meine Geist Geist. Ich weiß nicht, dass ich den Geist Geist erzähle. Ich weiß nicht, dass ich den Geist erzähle. Ich weiß nicht. Du kannst nur nur den Geist zu essen. Ist das wirklich? Ist das wirklich gut? Ich weiß nicht. 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 Okay, gehen wir wieder. Na gut, war ja ein kurzer Besuch. Das war's für heute. Oh. Oh. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Why did you get that girl? I think I'm finally getting to know. You're not going to be so sorry. I'm sorry. I'm sorry. I'm sorry. Ist das so fair? Wo ist das denn fair? Waffe. Na gut. Alter, als ob der schießen kann. Oh Gott. Alter, als ob der schießen kann. Ja, wo bist du denn fair, Kumpel? Ey, als ja, wie hart ist denn der Kerl? Kann schießen? Kann mich auch niedertreten? Ja, ey, das ist ja mehr als feige, ey. Oh, liegen bleiben. Hier, ich kann dir immer noch nicht Damage geben. Schießt der mich da an? Na gut, eigentlich war die ja voll easy. Also, eigentlich waren die einfach, nur natürlich, wenn der eine mir jetzt mal den Rücken schießt. Na gut, dann wird schwer. Was für Feiglinge. Na? Ja. 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 Wann kommt der CEO? Wie lange man nicht gespeichert hat? Ohne Witz? Ja. Das geht ja nicht. Ich kenne mal, ich breitere. Deswegen war der Brütti. Ich würd mehr speichern vorher. das ist ja da. Das macht einfach nicht. Ich mein, ich hab dich verständlich. Oh Komm her, ich mach die fertig Gott Oh Gott Du hast eine Geheister Oh ja und wir kommen gespeichert ok das wird habe ich nur halb getroffen aber er kommt ja das ist es vergeben hallo ich habe gedrückt ja klar animation war das war sie eine energie schaffen ohne mit natürlich natürlich das war ja gespeichert wir können mich gleich neu laden aber jetzt unser ganzes geld weg jetzt den speichern mal vorher aber gut wir haben ja schon besiegt ja 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 aber ich hatte zum neu ich habe gar keinen bock drauf dass ich jetzt wieder was verliere nee nee warte 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 oh falsches genommen oh nein hab ich gelag bin ich gespeichert hier hab ich noch was oh gott glück gehabt das richtig ja 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 nie wohns genau nur falsch gespeichert oh gott glück gehabt okay denn das mal richtig speichern wir haben die fernwurte moran für die zeit genau es ist richtig gespeichert stehe oder Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Das ist ein Problem. Ja. Was ist das Problem? Hm. Du kennst dich die Krankheit? Was? Was ist das? Das war's für heute. Ich bin so schnell von mir. Wo sind die anderen, dass ich in der Stadt nicht ernieufe. Ich kann mich, dass ich hier in diesem Stadtkartier einsteig. Und damit ich diese Stadt nicht so richtig verließe? Puh, dass das stimmt. Was ist das, was ich? Ich bin... eigentlich der Stadt, der Stadtkirchen. Ich bin großartig. Ich bin großartig. Ich bin in der Stadt, wenn ich mich nicht verletzen kann. Ich verstehe. Ich verstehe. Ich bin kein Mensch, dass es andere Menschen gibt. Aber wenn ich mich nicht so, dann werde ich es schnell verletzen. Ich bin ein Ort. Ich bin ein Mann, wenn ich mich nicht verletzen kann. Ich bin ein Mensch, dass ich nicht verletzen kann. Das war's für heute. Aber es gibt auch noch jemanden, die anderen zu sagen. Huh. Aber ich will, wenn ich hier an, nach dem Mäkoto geht, werde ich mich nicht mehr aufnehmen. Ich habe es vorhin mit dem Grands-Bereich verletzt. Ich habe es vorhin schon mal an, dass du die Yakuza auf dem Mäkoto gekommen bist. Ich weiß, ob du nicht auf der anderen Seite gesehen hast? Na. Ja, ich weiß nicht, wenn du das Schmack für eine Schmack-Tung hast. Also, wenn du das versteckst, dann gehst du direkt an. Dann gehst du das mit dem Wachst. Entschuldigung. jetzt ist hier wieder ja alles abgesperrt auto speichern und kann sprechen eine andere ist noch relativ offen noch als relativ offen ja ja Nice, wir haben es geschafft. Okay. 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 Oh! Ah! Oh ja, komm in! Huh? The manager of you is already here? Yes. I'm going to buy a drink. I'm going to go back right now. What's that? I don't know. I don't know. If you look at me, Lee-san. What's that? What was that? What's that? It's a young woman. It's the same woman. It's the same woman. What's that? Lee-san. Why? Hey. Let's see. It's the same woman. It's the same woman. It's the same woman. Lee. What's that? Well, wait. What's that? I'll tell you. I'll tell you what I'm going to say. Well. Come on. Come on. Thank you, Lee-san. You can tell me. You can tell me. You can tell me. What you think of the thought of this picture? I never said that. I mean, I need to know who you were using. It's a sad woman. How many people were there? Who's the same person? Who's a beautiful woman? I'll tell you. I don't think it's necessary. Why? But I'll tell you something. But I'm telling you, how does the woman role run? You're doing this young man. How does it get to your age? Was ist das? Was ist das? Du bist auch, wenn du dich an das Schiff anstattest. Das Schiff ist das Schiff anstatt. Das Schiff ist das Schiff anstatt. Schiff anstatt? Okay. Wenn du dich anstattest, was du das Schiff anstatt? Was ist das Schiff anstatt? Was ist das Schiff anstatt? Das ist eine Schiff anstatt. Wir sollten dass du eine Schiff anstatt. Wenn du dann auf das Schiff anstattest, dann wird das Schiff anstatt. Ich werde diese Schiffen eingeladen. Damit also das Schiff anstatt. Kannst du dir das Schiff anstatt? Ich mache dir mit dir. Ich habe es noch etwas gibt, was Sie träumen zum Helm. Ich habe keine Helm. Ich bin hier werdet, was ich, was ich? Ich bin aufmerksam. Sie sind hier beim Helm. Wer hat das Helm geschehen? Ich bin ein Arschluss, was ich? Ich bin ein Arschluss. Ich bin ein Arschluss, wenn ich so einen Arschluss habe, dann werde ich mich überraschend verletzen. Es ist okay. Wenn ich die Frau verletze, dann kann ich die Frau... ...dass ich mich nicht wissen. Ich kann es nicht wissen, dass ich mich nicht wissen. Ich kann es nicht mit einem Schmuck mit einem Schmuck. Du bist... ... was das denn? Ich sage es doch auch so, bei ihr. Ich denke, ich will den Fisch zu retten. Da war es echt gut. Ich bin noch es klar. Ich sage es das. Du hast du gesagt, was du sagst? Du musst du sagen. Wie bist du? Ich bin auch der Grund, der du mit dem anderen. Ich bin der Körner. Was ist das? Ich habe mich mit dem Landkreis geschehen. Ich habe mich am Ende gearbeitet, dass ich es für eine halte Jahre alt war. Die halte Jahre? Ich bin sicher, wenn du diesen Mann auch schon gesagt hast, was du hier gesagt hast. Ja, du kennst dich? Ja, du denkst. Aber du denkst dich. Wenn du eine Frau in der Mitgliedschaft verletzt hast, dann hast du das, was ich verletzt. Kannst du auch auf dem Weg gehen? Ein Jahr lang, ich hatte eine Frau in der Mitgliedschaft, mit einem Künstlerischen Künstler. Das war's für heute. Aber es gibt nur einen Mann, nur ein Mann. Das ist... Ja, das ist Mäkoto. Diese Frau hat mich nicht verletzt. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe mich nicht geholfen. Ich habe noch nicht gesagt, dass ich das erste Mal wiederum bin. Ich habe mich nicht gesagt, dass ich mich nicht mehr überraschend hatte. Ich habe mich nicht mehr überraschend gehabt. Du bist, dass ich mich nicht mehr überraschend hatte. Du bist, seit ich mich nicht mehr überraschend hatte. Ja... Aber ich war auch schon ein Kind für meine Frau. Was? 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 No loyeres Oh, no? Du musst doch gleich wieder nachdenken. Du hast das Bauen. Du kannst dann wieder nachdenken. Du kannst dich riechen, aber... ... deine Mutter aufzunehmen, ... bist du zuvor. Du bist so einfach, genau. Du kannst dich nicht mehr nachdenken. ... und du hast mich geschlossen, ... dass du dich wieder nachdenken kannst, Das war's für mich. und man in ein jahre na so so starke kronen sommer der monge aussieht haben da noch nicht was noch geht auch städte koko kratz oder gehen wir ja sauber für dich Wir finden die Gileistin, die Grüne. Du, kein Problem, ich krieg dich platz. Ja, ISM Y ist bei ihm ganz blöd gemacht. Oh Gott, ey. Wenn ich die Gile, würde ich besser. Was? Das war's für mich. Suck. Suck, 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 Suck. Suck, Suck, Suck. Suck, 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 Suck. Suck, 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 Suck. Suck, Suck. Suck, Suck. 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 So, ähm, also die Idee von dem war ja mal mehr als, äh, ja, bescheuert. Und ich bin froh, dass wir da noch darauf nicht eingegangen sind. Ja gut, ich bin sehr gespannt, wie es weitergeht. Ich hoffe, ihr auch. Und wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Also, die beiden, wir unterhalten sich. Und ich würde sagen, danken. Ich danke fürs Zuschauen. Wir sehen uns. Bis dann, haut rein. Euer Pirus. Tschüssi. Bis dann. Ciao.